Erinnerst du dich noch? Fast vor einem Jahr in Berlin. Diese Bilder habe ich immer noch im Kopf und ihr könnt sie hier hinter mir sehen. An der Siegesäule, Straße des 17. Juni. Legendäre Tage am 1.8., am 29.8. Auch dieses Jahr werden wir wieder in Berlin sein. Auch dieses Jahr wollen wir wieder ein Zeichen setzen für Freiheit, für Frieden, für Liebe, für Wahrheit, für Brüderlichkeit. Ich freue mich unglaublich, wenn ich diese Bilder betrachte. Ich habe sie noch tief in meinem Innern. Diese Tage waren ganz, ganz besonders für mich. Das waren Tage, die werde ich nie vergessen. Und dieses Jahr möchten wir sie wiederholen. Und dieses Jahr sollen sie noch stärker werden als letztes Jahr. Du bist mit dabei. Das hoffe ich. Ich hoffe, du kommst auch, um diese Eindrücke mitzugestalten, um ein Teil dieser Menschenfamilie zu werden, die dort zu sehen war. Menschen, die einstehen möchten für das, was recht ist, was richtig ist, was Liebe bedeutet. Insofern freue ich mich, dass du nach Berlin kommst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Gottes Segen. Und wir sehen uns an der Siegesäule in Berlin am 1.8. Gottes Segen. Und wir sehen uns an der Siegesäule in Berlin am 1.8.